Wir sind WISE. Eine unabhängige internationale Geheimdienstorganisation, die auf dem höchsten Geheimhaltungslevel agiert, um die Welt vor Gefahren zu schützen. Vor einigen Tagen haben wir von einem ehemaligen Wissenschaftler, Dr. Hans Bergmann, geheime Informationen über das Projekt erhalten. Laut Bergmann ist es Spider-Tag gelungen, einen gefährlichen Virus zu erschaffen, welcher in das menschliche Gehirn eindringt. Der Virus wurde in das globale Grundwasser eingeschweißt und hat bisher bereits 20 Prozent der Weltbevölkerung infiziert. Der Virus befindet sich derzeit im Ruhezustand und wird erst durch die Ausstrahlung eines bestimmten Audiosignals über Smartphones aktiviert. Innerhalb der nächsten Stunden wird Spider-Tag das Signal in eurer Stadt aktivieren und damit die Kontrolle übernehmen. Um Spider-Tag aufzuhalten, haben wir Operation Mindfall ins Leben gerufen und euch als Agenten auserwählen. Und hier ist eure Mission. Folgt den Hinweisen von Bergmann und findet den geheimen Standort der Organisation. Hackt euch in den Hauptserver und stoppt die Aktivierung des Audiosignals. Wir glauben, dass Bergmann Pläne für einen Antivirus besitzt. Findet den Antivirus und speist ihn in das Grundwasser ein, um den Prozess umzukehren. Soweit ihr Wissen hat, Bergmann verschiedene Dokumente in der Stadt versteckt und mit Codes verschlüsselt. Sucht die Dokumente und findet den geheimen Serverstandort. Dieses Action-Pack wird euch bei euren Aufgaben helfen. Seid vorsichtig und vertraut niemandem. Viel Glück. Over and out.